Nico zu einer Folge ARC Ich und Nico machen Nico ich habe jetzt eine Idee Es gibt zwei Optionen Entweder wir holen jetzt so ein Grotier auf random Oder Wir holen uns jetzt noch ein Petri Wir müssen noch einen Sattel machen und fliegen zu einer Höhle wo es Kristall gibt Arigato So Ich habe keinen Bock auf 20 Minuten warten So wo habe ich denn das ganze Zeug hingetan? Ja Und wo? Hör auf Nee ey mach doch Heute bin ich weg Nein? Hä sag mal wo haben Hä? Wo haben wir das denn alles hingetan Gewehr und sowas Ich weiß wo ich mein Zeh hingetan Ja ich weiß ich mein's auch Ich hab's gefunden Du hast grad meins Nein Das war denn fertig gelb geschlagen Achso Warum rennt hier nix? Weiß ich nicht Na dann mach doch mal was das hier nicht so leer aussieht Achso ich machen willst ja auch so ein Metall Ähm Sperr wieder Ich spiel erstmal hier und Lagerfeuer Willst du ja nein Hallo Erstmal nisch Mach ich halt mal ne ganze Ausrüstung wieder Na klar Ich farm ja schön Und wer's ne Und wer nimmt sich's raus Der nix farm Nur für sich selber Ich versteh Ich versteh wie das hier läuft Nein Nein so ist das nicht Du verstehst das wieder falsch Na ist das echt genau so Das versteh ich falsch wenn du sag Ach dann mach ich mir meine Rüstung Ich hab nicht gesagt ich mach mir ne Rüstung Ich hab nur gesagt ich mach mir mal das Zeug wieder Und das heißt Axt Äh Spitzhacke Na klar du kriegst alle Krieg ich deine Rüstung Nee Warum denn nicht Ach darf ich ran Ich hoffe die drinnen In der Werkbank war Nein das ist Nein die ist immer noch drinnen Aber ich hab mir die Munition rausgenommen Achso ja So läuft das halt Ich versteh Du kannst ja auch Du musst mal nur mal machen Ich versteh Ich versteh Dann mach ich mir jetzt Pfeiler Nein Fassernfeuerstein Ach da ist keine Munition mehr drinnen Niko Niko komm jetzt Du bist dein nächster der farmt Metall Nein das konntest du sehr gut Ja wo die steigte da waren Ja wo die steigte da waren Jetzt sind kein Jetzt kannst du das machen Na los ich warte auf dich Nee jetzt musst du ganz kurz Nee jetzt musst du ganz kurz hoppen Fronline Was für Fronline Niko Da bleibst du da hinten Da bleibst du da hinten Die bummst du da hinten Die bummst du da hinten Die bummst du da hinten Schon wieder Ja Nein die muss da zu Nein die muss da zu Ich brauch den auch Da ist das Holz drinnen Niko Niko Nee du musst auf ihn drauf sein Wie denn Na So Und du läufst Nein Komm jetzt Gib mir den jetzt Komm jetzt Niko komm Na komm Ich muss hier noch Hier hindenken Weil du ist wieder Was hast du für ein Schild Hier gemacht Ich hätte falsch rum aufgelegt Das ist falsch rum Ey So Geh Geh schon mal vor Ich komm vielleicht Hast du Pfeile Hallo Hast du Hast du Pfeile Nimmst du mit dein Gewehr Oder nimmst du dein Gewehr nicht Ich nehme meine Armbrust Ja ok Ich habe die Beerenfälle Ich habe alles Komm Ich habe kein Essen Ich muss noch mal nach hause Nee Digga Was soll ich denn machen Ach dann nimmst du jetzt das gebrauchen Was ich gerade mit rein getan habe Ja 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 Was soll ich denn machen Das soll ich denn machen Hättest du den zweiten noch Dann hätten wir noch Den zweiten habe ich ja abgerissen Weißt du warum Weil ich dachte wir ziehen eh gleich um Dann irgendwann mal Die Innereinrichtung habe ich doch schon mal angefangen Toll ich habe meine Fackeln auch verloren Ich habe noch eine Fackel Die das Rezept für eine verbesserte Was brauch ich also Kannst du Fleisch Brauch ich Fasern Nein Für was brauchst du denn Fasern jetzt Wer führt die Fackel Achja Achja Da hinten ist schon ein Alligator Brauchst du jetzt wirklich ne Dings Kommst du da hinten ist er doch schon Feuerstein Ja was Was musst du denn Nämlich ich geh schon mal zum Alligator Ja 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 Ich geh ja Brauch ich noch mal deine Bärenfälle Ist er denn da auch wirklich Ja hier ist einer Ja Ich brauch schon mal meine Bärenfälle Also jetzt ist es dunkel jetzt Du kannst du denn schon mal hingehen und schon mal zu uns locken die geht gleich los in 15 sekunden nico das sind zwei die zerfressen und ist ja nicht cool ich wusste ich war das ist zwei sie warum sind jetzt ganze zeit war kein einziger dort und jetzt sind zwei das kannst du kein erzählen wir aber weiter haben 40 und der andere war 76 echt na klar der hat dich doch gekillt mich hat ein level 40er gekillt er hat mich gekillt das sind jetzt deine mission schauen wir mal ob die noch da sind na klar wo sollen die sonst hin ja für mich besser das willkommen geschenk das problem ist ich kann das ganze zeit nicht sporen nico die chillen da immer noch ja wo sollten die sonst hin frühstücken nein die sollen einfach mal ganz kurz weg gehen dass ich meinen zell holen kann ja ja ausdauer sorry du holst es und du bringst es mir nein hol es schnapp es dir jetzt und dann kommst du zu mir wieder nico ich kann nicht immer hier sporen ich hab meins ja hol zu meins ach nico hinter dir ist er schon her ja ich kann dir nicht helfen ne warte lenkt ihn ab ja was machst du denn sonst ach nö egal jetzt ist er wieder hinter mir ja knall den mal ab ja meiner lädt nicht nach und lauf doch nicht zu uns sporen lauf doch weg wo ist denn der zweite überhaupt der ist verschwunden nico das macht mir jetzt noch mehr angst ja ich hab drüber geschossen was ist denn das für ein level ouch ja das war wieder klar digga das ist der 76er sag mal wenn ich spawn kann ich kann ja nicht immer im bett sporen ja dann wartest du bis du bis zum bett sporen kannst das sind zwei minuten ja freut dich sag mir wenn du da bist der läuft schon weg also soll ich jetzt spawnen nee ich hab die fast der schwimmt weg der ist weg kann ich spawnen nee du wartest schon zwei minuten ja nico ich spawnen relativ nah am bett du spawnst auf der spawnen insel nein ich such schon mal den zweiten alligato kann ich spawnen ich spawnen jetzt ey ich verlass das match es tut mir leid nee ich lauf jetzt nicht du spinnst jetzt ich lauf und du teleportierst die sträne mehr her ne ist doch nah dran da ist doch unser haus ne was ne kann ich team wechseln kann ich zum alligato werden nico wird zum kollegil ok so dann mach mir jetzt pfeiler wie soll ich ne pfeiler machen wir ich also mein zeug oder großer hättest du zwei minuten gewartet wärst du im bett gelandet ja siehst du zwei minuten das sind zwei minuten zu lange das sind zwei minuten mehr zeit dass der alligato verschwindet ich hab den doch schon one hit geschossen der ist doch schon abgehauen naja warum hast du nicht erlebt weil du wieder weg teleportiert hast nein du hast gesagt der ist im wasser ja ich hätte ihn jetzt im wasser geholt wo ist er denn im wasser im wasser immer noch ich muss jetzt enttäuschen aber hier ist kein alligato mehr doch der liegt da hinten dann hol ihn her nico wo bist du denn nico der ist bewusstlos auf der anderen seite dann gehen wir hin ja ich werde angehltet von ja ich kann nichts machen ich kann den der ist wie doppel willi der lebt wieder ne ne ich beende ich beende das noch andere ne hallo wo bist du ne ich bin tot ja wo bist du denn geschwommen auf der anderen seite ich bin jetzt hier in der mitte wills mich verarschen du sagst du ja andere seite also wo da wurde alligator ist wurden sonst in den alligator auf der seite ach so der dort rumläuft achte er ist bewusst das wasser da eine ist bewusst lust der andere ist aber lebendig ja ich hab nichts zum essen für ihn das schluss ohne so spielte hat dann käme hier die fischer ich hab nichts ich hab kein spiel ich hab 16 fleisch noch der ist aber fisch hast du gesehen nein der ist fleisch junger der ist aber wenn sie schneller wer ist mit filet schneller nico ja dann hol mal fisch vieles nicht fisch nicht nein schießt es in anderen kommen wir zähmte in anderen ordnung ich habe abgeschossen hier jetzt ist jetzt ist hier die falle aktiviert wo ist er denn jetzt jetzt ist eine schlange auf dich habe ich jetzt keinen wort fisch abgebaut ja es gibt Filet Max der Alligator ist da ii der ist da wo ist er denn in der Bernfahrer ach so ich dachte wir jetzt schon down nee vielleicht muss ich nur noch schießen ist er jetzt doch glücklich geben für die der ist sehr level 16 willst du denn wirklich schon mal männlich was haben wir hier wenn ich wollen wir wirklich 10 der alligator ja ok ist so schnell als deine werden scheiße einsam aber guck mal die erbringen ja was ich dachte immer zuerst wir sind direkt ich habe den Filet gegeben eigentlich wüsste der relativ schnell der hat das für die schon gegessen ist das andere für die ich wusste es war nicht das alter level 76 grad ne der kriegt noch 37 level dazu der macht eine abstimmung okay die zuschauer entscheiden obwohl vor produzieren cool in der zeitgörter mir nein der gott mir gehört uns okay dann tue ich das vielleicht wieder raus nein so vielleicht das brauche ich auch das sind jetzt in ruhe du kriegst hier die zwei level 16 und level 8 cool aber der war doch da vor 70 40er wo ist der der 40er oder bin ich blöd das von level 40er mal na der hat sich versteckt sie ist da den griff so gerade da bist du ich bin ich bin ich halte sein kopf fest das ist wenn ich ertrinkt gehen lieber zum anderen das machte schrieb zu denen nennen weiß ich nicht aber ich sehe wieder nichts scheiße ich stehe hier mit müh zu das warst du ich weiß alles klar du kriegst am besten kein alligato ist ja eigentlich unser unserer der zuhause ist auch männlich ne ja ja der level 16 der level 8 kriegst du der 76er ja das ist meine auto spinnst du Du hast sogar schon Raptor getötet. Ich habe gar keinen getötet, ja. Aber du meintest es Schiss ist. Das ist auch Geläser und Tement. Ich weiß, aber das haben wir ja. Ich pack mich in ihn rein, dass ich den Namen mache. Wie willst du den nennen? Weiß ich nicht, aber besser als deiner. Ich habe den Namen immer gut. Schnapp ihn. Naja, schnapp wie das kleine Krokodil. Jetzt geh mal weg zu... Geh hier zu deinem 31er. Ja, Level 16er. Ja, wie nennst du den denn? Weiß ich nicht, aber... Das ist meiner. Ne, du brauchst nicht trinken, das ist meiner. Ja, verbiss ich dich hier. Gandalf, geh weg! Ich bin nicht Gandalf. Ey, ess jetzt schneller, du Drecksvieh. Devin! Jetzt geh mal zu deinem anderen. Dein anderer braucht dich. Nein, der braucht mich nicht. Na doch, du hast den mit dem Fettbeerenfalle gemacht. Den habe ich selber gemacht. Du bist wegen dem gestorben. Ja, weil du mich nach vorne geschickt hast an der Front. Ich bin nicht. Ich umarme so den Kopf. Ne, das ist echt. Den Kopf ist hier vorne. Ja, okay, ich schau mal nach den anderen. Der ist wach. Ich bin doch nicht. Der hat tausend Läden. Ich kann ihn benennen. Wie soll ich nennen? Ne. Ich krieg ja ne halbe Bifferkette. Ich bin auf den drauf gesprungen. Wie soll ich nennen? Wie soll ich nennen? Ich schau jetzt erst mal Haar. Ja. ich habe es doch einen Namen ja wie soll ich den nennen ich hab dich doch gefragt da fällt dir nix besseres ein als ein Haar ich verstehe auch so was er raue ist da fällt dir nix besseres ein außer Namen ändern wie soll ich wie wollen wir den nennen am besten nicht hau ich nenne jetzt kapi kapi und schnappi davon ist ein Kogodiel, lass das mal kämpfen äh was dann ne Schildkröte das Schildkröte mal kämpfen wo ist denn noch ein Kogodiel nico wir machen eine Bande daraus hä warte mal für was bauen wir einen Sattel ich bin doch schon da unten drauf nein wartet auf den anderen ey nein ich will nur gucken ob du runterfällst na ne blöd ne blöd ne Scheiße ach der frisst auf 95,6% so schnappi und du du Kogodiel der kriegt nur level 5 die lebt mit 1 Alligator die kam mit 3 ich dachte PC ich dachte die wären krass das hab ich auch gedacht mach dich weg da du hast keinen Alligator hol dir mal lieber einen Ey, die küssen sich von allem aus Perspektive. Was ist denn ein Pieper? Nee, oder? Der Pieper ist nicht komisch, Schreier. Nee, das ist ein Frosch. Wie lange geht die Aufnahme noch? Nein. Neun Minuten. Neun Minuten! So lange! Nicht danach geh ich schon. Nein! Na doch! Warum denn? Wir sind hier schon seit neun Stunden. Na und? Und hat noch gar nichts gemacht wie live. Doch! Aufgestanden! Außer das. Auf was gehen wir mal auf den Navigate? Ja, warte, muss ich erst mal anschauen. Ich kaufe neuer Kampfschaden. Hast du jetzt beide? Nee, da eh ne Frist noch. Man schläft. Ja, jetzt! Na doch, es kommt rüber. Wenn die mich im Wasser einholen, schlag ich die. Alter! Digga, war ich jetzt erschrocken. Digga, auf einmal kommt Kapi! Lass mal, lass mal! Ich mach doch gar nichts! Was machst denn du? Ich bin schläftig. Warum? Komm, wir gehen jetzt. NIGO! Das ist meine Gang! Wo ist denn deine Gang? Nö, das ist meine. Ich hab sie dir mal ausgeliehen. Das ist meine? Nö. Den muss man den anderen noch benennen, ne? Meister. Ja, mir ist aber grad kein Hammer eingefallen. Eiz. H! Denn nimm irgendeinen. B! Kann ich den jetzt einfach so hier machen? ein Inventar? Megalodon. Octavis. Licto. Sarco. Ja. Einfach so. Profasern. Ledern. Zement. Zement hab ich. Fasern hab ich. Fasern hab ich nicht. Fasern hab ich nicht. Fasern hab ich nicht. Jetzt hab ich ledern. Du kannst bei Eis. das machst du jetzt gleich ich gehe nicht ich brauche ja das stimmt überhaupt nicht das brauchst du leder hab ich nicht ja ich kann ja jetzt nicht weiterbauen weil wir kein Holz mehr haben ich brauche 230 leder wir hatten doch mal voll viel leder ach das hängt doch wieder am leder fest ja dann gehen wir irgendwann rein mit 1, 2, mit 3 Alligator und mit den Beirigs links rum zu lederfarben und 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 wir brauchen ja kein leder mehr ich habe es gefunden 650 Stück jetzt ist der krasse geil 3 die 27 47 wow Ey, dann hast du zu ihm mal einen 2, wenn einer stürmt. Nein, die waren uns alle. Ich hab zuerst drauf gedrückt. Warte mal, warte mal, bleibt mir stehen. Ich komm hier nicht drauf. Ah, presst mich doch nicht. Lass doch mal, hallo. Ey, die Alligatoren bei E7 vs. Wild greifen die auch an und machen auch ne Rolle. Mach doch keine Rolle, ich hab da überlebt. Ach, das ist geil. Wie schnell der ist. Johoho. Wahrscheinlich, Digga. Der ist ja noch schnell, jetzt stay. Ich komm hin, da ja. Komm, mach mal Wettchen. Ja, okay. Kommt ja? Von hier, bis eben auf rüber und zurück. Ja, ok. Ich setz gleich auf, ja. 3, 2, 1, go! 1, go! 3, 2, go! 4, go! Ob ich hier stehen habe, keine Ahnung? 5, go! was hat's denn? da vorne ist ein Trap, hol dir den mal warte der ist oben wo bist du? nico wo bist denn du? komm mal her du wirst ja auch bestimmt mal Kappi ausprobieren ich will erstmal den Trap der Trap kann richtig sein warte mal ich wollte mal schauen Schnappi ist männlich 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 sind alles nur männlich scheiße digga da brauchen wir noch ein Weibchen irgendwann mal und für den viel brauchen wir auch noch ein paar oder? jetzt steigt aus gehen wir mit den dingen im wasser das ist unterschied von tag zu nacht wenn du mit den dingen noch unter wasser gehst deswegen habe ich gedacht eigentlich dass er schneller ist als er tatsächlich nicht ja ne und es fühlt sich auch so schnell an aber ja weil der klein ist der ist kleiner ne der ist größer der ist größer der ist größer echt? ich dachte der war kleiner na länger ist der hier aber größer ist der natürlich ja eh scheiße warum ich suche ganz wertschösten ach komm scheiß lustiger ich glaube du musst kappi noch ein bisschen ich glaube du musst den Fischer noch ein bisschen Essen geben naja der Innoprojekt ist ja jetzt nix mehr hat dann noch die Bindung zum Essen und nicht doch in der einen Kiste ist voller Fleisch naja Feuer fast gleich besser machen wir hier noch so'n geilen Dings ja das machen wir da brauch ich sehr viel Dinger so der hat fressen der hat auch fressen alle haben jetzt mehr haben wir ich hab auch in der Werkzeuge wir werden die Folge beenden nein wir haben noch neun Minuten ach du scheiße ne haben wir nicht ich hab auf Pause die ganze Zeit ja bestimmt schon längs rum scheiße ich hab jetzt ja gedacht geil ich hab noch ein bisschen äh weiß ich nicht ich glaube 78 ich baue jetzt noch meine 15 Wände und dann beende ich die Folge würde ich sagen muss ja auch muss ja auch das Sattel kann ich machen keine Ahnung was ist mein Haus meine Regeln mein Gegenwart raus 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 alarm raus was machst du denn da unten ich hab ne Idee kommt hier noch so ein Loch rein? wie? nein wir haben keinen rot ausreicher ey es gibt auch sogar Stühle hier im Spiel ich weiß ich muss wirklich mal weiter bauen du? ja aber erstmal muss das alles fertig werden warum? da kann ich besser das Zeug finden ach so naja kann ich auch das andere Holz verwenden oder würdest du jetzt unbedingt das vorgegeben dort die wird zu Ende gemacht jetzt? ja jetzt ok dann würde ich sagen lassen dann aber dafür unser KM nur steigbar und ich dann tschau Leute